Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen NA-Demo-Event-Video hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns das Update anschauen vom 25.06.2024, was das Ganze dann dementsprechend für uns beinhaltet mit Updates, Events und Promotions. Schauen wir uns jetzt wie immer gemeinsam an. Angefangen mit Update Nr. 1, was reingekommen ist, und zwar wurde eine neue Terra Dungeon hinzugefügt oder wie er auch offiziell heißt, DATS Center Underground Warehouse. Dieser befindet sich im DATS Center als neuer Dungeon und der NPC, über den man reingehen kann in den neuen Dungeon, ist dann Housewife Ruli. Diese befindet sich hier neben Dr. Kevin Krier und Dr. Michelle Krier, hier auf der rechten Seite unten im DATS Center. Und dann bekommen wir hier das Dungeon UI Fenster zu Gesicht, wenn wir hier reingehen wollen. Und hier steht, dass man einen sogenannten DATS Headquarter Master Key benötigt, um reingehen zu können. Und Digimon Level muss Level 120 oder höher sein. Und die Monster in den Dungeons droppen dann Ingame-Währung. Da gibt es verschiedene Wege, wie man an die DATS Headquarter Master Keys rankommen kann. Auf Cardimo gibt es noch ein paar mehr, die bei uns noch nicht möglich sind. Aber bei uns wurden erstmal in dem Sinne drei Varianten reingebracht, über die man an diese DATS Headquarter Master Keys rankommen kann. Weil das nämlich keine Daily Login Items sind oder Tickets, die man in dem Sinne abholt. Sondern da gibt es drei verschiedene Wege aktuell bei uns, wie man da rankommen kann. Unter anderem kann man die sich craften mit dem neuen Arena Hard Mode Crafting. Heute ist auch die neue Digimon Arena bei uns reingekommen, also das Kolo Rework in dem Sinne. Und da kann man dann mit der neuen Crafting-Liste oder aus der neuen Crafting-Liste, wenn man möchte, sich auch die DATS Headquarter Master Keys dort craften. Dann wurde das als möglicher Drop, mit einer geringen Drop Chance dann dementsprechend, zu drei verschiedenen Dungeons hinzugefügt. Unter anderem dann dementsprechend Fanglomon Dungeon Hard Mode. D-Reaper Area, also wie wir es auch in der Spielerschaft nennen, der Mother D-Reaper Dungeon. Welcher von den D-Reaper Area Dungeons der letzte quasi ist, den man durch die Main-Quest-Line freischaltet. Und das Shadow Labyrinth im Hard Mode. Shadow Labyrinth im Hard Mode wird auf jeden Fall wahrscheinlich für die meisten Spieler die gängigste Version dann sein, wie man versucht an diese dann ranzukommen. Zweimal pro Tag kann man ja reingehen und Shadow Labyrinth Hard Mode ist auf jeden Fall eigentlich für, also wirklich die allerwenigsten Spieler ein Problem, diesen täglich zu machen. Und dementsprechend auch die beste Methode dann wahrscheinlich da Free-to-Play dann ranzukommen. Und ich sage deswegen Free-to-Play, weil die letzte Option ist in dem Fall, und das ist in dem Fall auch die einfachste Methode in dem Sinne, ist natürlich in den Cash-Shop dann zu gehen. Und sich dort dann die DATS Headquarter Master Keys dann zu holen. Diese sind auf ein Weekly, also wöchentliches Limit beschränkt. Das heißt, über dieses wöchentliche Limit hinaus kann man sich keine dann davon noch zusätzlich holen. Sondern man muss dann erst eine Woche warten, bis sich das Ganze dann dementsprechend wieder resetet. Bei den anderen gibt es aber natürlich, dementsprechend ist das einzige Limit ja nur, wie viele Tickets man dafür dann hat. Genau, und das ist ein Solo-Dungeon. Das heißt, da geht man dann nicht mit anderen Spielern rein, sondern das ist ein Spieler-Dungeon dann dementsprechend. Genauso wie auf Cardimo ist dieser dann so aufgebaut, dass dieser in verschiedene Stages unterteilt ist. Sieben Stages sind potenziell möglich. Allerdings funktioniert das Ganze nach dem Prinzip. Als erstes erscheinen Ponches Mon White und Ponches Mon Black. Diese erscheinen mit einer Chance von 100% und da gibt es dann keine Chance, dass stattdessen ein Roachmon erscheinen könnte. Weil nämlich, je weiter man in diesem Dungeon voranschreitet und die Gegner killt dann dementsprechend, desto höher wird dann die Chance, dass statt den nächsten Gegnern dann ein Roachmon spawnt, dann dementsprechend immer höher. Hier funktioniert das Ganze dann dementsprechend so, dass hier die Ponches Mon jeweils dann 200 M an Währung dann droppen. Während wenn man ein Roachmon gespawnt bekommen sollte, egal bei welcher Runde, droppt dieses dann garantiert 250 M. Und je weiter man voranschreitet, mit einer natürlich immer geringer werdenden Chance dann dementsprechend, desto mehr bekommt man dann auch potenziell dann. Also bei den Night Chess Mon, White und Night Chess Mon Black, diese haben eine Chance von 80% nach Ponches Mon White und Ponches Mon Black zu spawnen. Diese geben dann 300 M jeweils. Bishop Chess Mon und Rook Chess Mon haben dann auch noch eine Chance von 60%. Geben dann 500 M jeweils. King Chess Mon und Queen Chess Mon haben dann nur noch eine 20% Chance zu spawnen. Geben jeweils dann 1 Terra. Mamemon und Mamemon haben dann 15% Chance nur noch zu spawnen. Geben dann, würden dann 3 Terra pro Stück geben. Danach die Big Mamemon jeweils haben nur noch eine 10% Chance zu spawnen. Geben dann 10 Terra geben. Und Prinz Mamemon ist dann das letzte mögliche. Dieser hat nur eine 1% Chance zu spawnen. Und dieser würden, oder beziehungsweise diese würden dann jeweils 100 Terra pro Stück dann dementsprechend geben. Aber ist, wie gesagt, extrem gering die Chance, dass diese dann auch spawnen. Und der Dungeon funktioniert dann dementsprechend so, dass hier vor allem zählt, dass die Rogemon spawnen. Also wenn man ein Rogemon gespawnt bekommt und besiegt, zählt das als eine der Bedingungen, oder beziehungsweise als eine der Sachen, die für das Clearen des Dungeons dann dementsprechend notwendig sind. Und das sagen die auch hier. Der Dungeon ist dann gecleart, wenn man 2 von diesen Rogemon gespawnt bekommen sollte und dann auch besiegt hat. Und wenn ein Rogemon gespawnt ist, dann erscheint nicht, also gibt es dann keine Chance mehr, dass dann die nächste Stufe dann gespawnt wird. Also wenn wir jetzt hier Stage 4 nehmen, statt King Chessmon und Queen Chessmon spawnt mit 80% Chance ein Rogemon, dann hat man dann keine Möglichkeiten mehr, dann danach die nächste Stufe mit Wamemon zu bekommen, sondern dann, wenn das das erste Rogemon sein sollte, resettet sich das Ganze dann wieder zu Paunchesmon White und Paunchesmon Black dann dementsprechend und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also in dem Sinne sind es 2 Durchläufe, bis halt 2 Rogemon gespawnt und besiegt wurden. Und wenn man den Dungeon cleart, bekommt man auch noch garantiert einen Terra dann als Goldbar dann dementsprechend. Also man bekommt jedes Mal mindestens pro Clear die einen Terra, mindestens 400 M durch die erste Runde, durch die Paunchesmon White und Paunchesmon Black und dann nochmal mindestens 500 M durch Rogemon. Also das Niedrigste, was man hier aus einem Run herausbekommen kann, wären ein Terra 900 M, was allerdings, ja, möglich ist, aber sehr unwahrscheinlich. Also im Normalfall wird man sicherlich in einer der Runden dann hier landen und bekommt dann dementsprechend einen kleinen Ticken mehr. Aber je weiter man kommt, desto mehr bekommt man dann dementsprechend. Also ist in dem Fall, ja, mit dem Gambling verbunden. Aber for free, wenn man, wie gesagt, jeden Tag Shadow Labyrinth hard machen sollte und mit Glück so einen Key gedropped bekommen sollte, dann kann sich das definitiv dann auch lohnen, wenn man Glück hat. Und for free nimmt man das ja sehr, sehr gerne mit. Wenn man die anderen Dungeons machen sollte, werden wahrscheinlich die wenigsten machen extra, um diese Keys dann zu farmen. Und bei Shadow Labyrinth, äh, bei Arena Hard Mode gibt es natürlich erstmal Sachen, die für die meisten Spieler eine höhere Prio haben. Deswegen, da müssen wir auch noch abwarten, dann dementsprechend, also die meisten Spieler werden wahrscheinlich entweder was darüber machen, was sich aber also über Cash shoppen, was halt sich meiner Meinung nach nicht lohnt. Sondern eher Shadow Labyrinth hard dann. Auf Cardemo, wie bereits angesprochen, gibt es noch ein paar mehr Methoden, wie man, äh, rankommen kann, beziehungsweise andere Möglichkeiten noch. Die haben zum Beispiel das immer mal wieder bei Login-Time-Events dabei. Das heißt, ähm, da bekommt man dann für drei Stunden Login-Zeit einen Data-Set-Core oder Master-Key, beispielsweise, wenn so ein Event laufen sollte. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, waren, glaube ich, auch bei den geänderten, ähm, Attendance-Rewards, welche dabei. Und im neuen, ähm, beziehungsweise Season Pass sind auch ebenfalls welche dann mit dabei. Dementsprechend, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Methoden mehr, wie man da als, ähm, Free-to-Play, beziehungsweise als, ähm, nicht so Hardcore, äh, der Cacher dann auch potenziell rankommen kann. Aber ja, das auf jeden Fall jetzt erstmal dazu. Und, ähm, genau, im Cash-Shop schauen wir die uns dann nach, dann noch an. Also, der hat das Headquarter-Master-Keys. Ähm, so, dann haben wir das zweite Update, Arena Improvement. Das heißt, die neue, verbesserte Digimon-Arena wurde hinzugefügt. Da gibt es dann, wie auch auf K-Demo, bereits im Vorfeld, äh, ja schon gesagt, in einem früheren Video, zwei Modi, Digimon-Arena normal und Digimon-Arena hart. Da entscheidet man sich dann, ähm, bevor man reingeht, in welchen von den beiden Modi man reingehen möchte. Dieser befindet sich an derselben Stelle, wie das bisherige Kolo. Also, wenn wir hier nach oben schauen. Genau, da gibt es jetzt, äh, weiterhin Digimon-Arena-Enter-Miki. Also, der NPC, über den man dann in diese neue Arena dann reingehen kann. Hier entscheidet man sich dann im Vorfeld, ob man in den Normal-Mode oder in den Hard-Mode reingehen möchte. Und dann gibt es hier die geänderten Arena-Rewards. Also, die, wo man sich dann mit den neuen, ähm, Bouchern, beziehungsweise Arena-Coins dann dementsprechend, wie die jetzt dann heißen, dann, äh, dementsprechend craften kann. So, die Voraussetzung, um in Arena-Normal reinzugehen, ist, Digimon-Level muss 110 oder höher sein. Und in der Arena-Hard-Mode muss Digimon-Level 140 oder höher sein. Gut, höher gibt es noch nicht, wird aber irgendwann... Ursprünglich hieß es ja, die Änderung soll im Juni, also den weiteren, äh, 30 Level, äh, also den weiteren, äh, weiteren 30 Max-Level sollen im Juli kommen. Ob die auch wirklich im Juli dann kommen werden oder erst im August oder so, wissen wir noch nicht. Aber, aktuell gibt es natürlich noch keine, ähm, höheren Level im Spiel als 140. Und, äh, natürlich braucht man da, um reingehen zu können, einen Digimon Arena Key oder beziehungsweise Digimon Arena Pass dann dementsprechend. Diesen bekommt man allerdings nur einmal pro Woche. Das muss man wirklich dann zu noch erwähnen. Diesen bekommt man per Mail, also per Mailbox, einmal pro Woche. Das heißt, man kann nur einmal pro Woche in diese Arena dann dementsprechend reingehen. Also da muss man natürlich dann auch, äh, sich dann genau überlegen, wann man dann, äh, dementsprechend reingehen möchte und ob man vielleicht der Herausforderung schon gewachsen ist natürlich, weil natürlich der Hard-Mode es ein bisschen in sich hat. Normal-Mode sollte für die meisten Spieler aber machbar sein. Und ansonsten, wie bisher auch, man macht soweit, wie man kommt. Und, ähm, sobald man nicht mehr weiterkommt, dann ist es eh dann vorbei, aber man bekommt trotzdem alle Coins, die man bis dahin zusammenbekommen hat. Ähm, genau. Da haben wir dann, ähm, auch noch Buffs und Debuffs, die im Hard-Mode dann erscheinen. Im Normal-Mode soll es angeblich auch, wohl, ähm, Debuffs, ähm, geben, die da kommen können, obwohl das eigentlich hier nicht extra noch mit erwähnt ist. Aber im Arena Hard-Mode gibt es auf jeden Fall hier, ähm, Boni, die man bekommt bei spezifischen Runden. Einerseits Attack plus 50%, Skill-Damage 100%, Critical-Damage 100%, Defense 50%, Max-AP 50% und Max-D-Soul 50%, je nachdem, welchen man dann dementsprechend bekommt. Aber es gibt auch in den, ähm, ähm, Runden dann dementsprechend Debuffs, also im Arena Hard-Mode. Diese werden von Runde zu Runde dann dementsprechend immer höher. Also da gibt es einerseits Movement Speed Reduction, dieses erhöht sich von mindestens 20% auf 50%, Damage Output, äh, Decrease von 5% auf 30% maximal, Block Rate von 20% auf 80% Decrease ist auch möglich, HP Continuous Decrease, ähm, also, HP werden, ähm, kontinuierlich reduziert, Minimum 250, ähm, alle 50 Sekunden, ne, alle 5 Sekunden, sorry, und, ähm, Maximum sind 2000 HP pro 5 Sekunden und der Damage, den man vom Gegner nimmt, kann sich erhöhen von, oder beziehungsweise von einem Minimum 5% auf maximal 30%. Also, da kann's dann schon richtig heftig dann gegen Ende hin werden und auch die Hitrate und CT Anforderungen haben es für die meisten Spieler auf jeden Fall in sich. Wenn man U-Rang Digimon hat, ist das weniger ein Problem wegen dem, ähm, deutlich höheren, ähm, Base CT Wert im Gegensatz zu Triple S plus Digimon, aber mit Triple S plus Digimon muss man natürlich dann gucken, dass man dann in, ähm, extra CT und sowas dann investiert, damit das Ganze funktioniert angeblich, ähm, mindestens, ähm, 14,5, äh, Hitrate, also 14,5, also 14.500 Hitrate. Die meisten empfehlen eher natürlich noch mehr zu nehmen und, ähm, CT sollen wohl mindestens, äh, 350%, 360, die meisten, ähm, die ich jetzt heute gesehen habe, haben eher Richtung 380 oder noch mehr im Zweifel verwendet, vor allem in der letzten Runde von Arena Hard Mode, bis, äh, Runde 4 soll's, ähm, auf jeden Fall noch, äh, moderat sein, was man da benötigt, an Hitrate und CT, aber natürlich auch solide, ähm, Werte, denn es sollten da auf jeden Fall vorhanden sein und Runde 5, da braucht man dann dementsprechend dann diese richtig hohen Werte und, was bei beiden, ähm, Modi auch noch dazukommt, sind Time Limits, Digimon Arena Normal Mode hat, äh, einen 20 Minuten, ähm, Timer, also, man hat nur 20 Minuten Zeit, alle Runden dann dementsprechend zu clearen oder halt so weit, wie man dann dementsprechend kommt und der Hard Mode, Digimon Arena Hard Mode hat 15 Minuten Timer dann dementsprechend und, äh, die Digimon Arena Normal besteht maximal aus 10 Runden und, äh, der Arena Hard Mode besteht dann dementsprechend aus 5 Runden und, ähm, wenn man dann die Runden cleart, weil das Ganze ist nämlich in dem Sinne Runden aufgebaut und, ähm, die Gegner spawnen sofort, nachdem man die vorherige Runde in dem Sinne geschafft hat, also, wenn man die Gegner aus Runde 1, ähm, besiegt hat, spawnen sofort die, äh, die oder der Gegner, ähm, von Runde 2 und so weiter, bis man das Ganze dann dementsprechend gecleart hat, also, da ist dann dementsprechend keine mehrere Sekunden Downtime dann dazwischen, wie es im vorherigen Kolo ja der Fall war. Äh, genau, da bekommt man dann pro Runde eine feste Anzahl an Arena Coins, diese verliert man auch nicht, wenn man den Dungeon nicht schaffen sollte, also, wenn man zum Beispiel nur bis Runde 8 kommen sollte im Arena Normal Mode, bekommt man trotzdem alle Coins, die man bis dahin zusammen hat, also, ähm, alles, was man bis Runde 7 dann dementsprechend zusammengekommen, bekommen hat und wenn man dann Runde 8 nicht schafft, dann bekommt man da eben das dann nicht. Aber Runde 1 und Runde 2 geben jeweils eine Arena Coin, also die normale Arena Coin. Runde 3 und 4 jeweils 2, 5 und 6 dann 3 und 7 ebenfalls, 8 gibt 4, 9 gibt 5 und, ähm, 10 gibt 8. und natürlich summieren sich diese, also, das ist jetzt nicht so, okay, Runde 1, wenn man das abschließt, ähm, bekommt man eine, wenn man aber Runde 2 abschließt, ähm, bekommt man weiterhin nur diese eine und da kommt nichts weiter drauf, ne, so ist es nicht, sondern, das summiert sich dann dementsprechend natürlich und da gibt es auch noch die Chance, dass man Hidden Gegner, ähm, gespawnt bekommt, und diese droppen dann eine Arena Coin, ähm, beziehungsweise, äh, 4 von diesen Arena Coin Normal Modes. Das Ganze lohnt sich natürlich nur, wenn diese Hidden Gegner vor, äh, Runde 8 spawnen, weil ab Runde 8, wenn man da einen Hidden, ähm, Gegner gespawnt bekommen sollte, bekommt man natürlich dann weniger als die Runde eigentlich dann dementsprechend geben würde. Außer die Hidden Gegner würden zusätzlich spawnen, dazu habe ich allerdings heute jetzt noch nicht viel in Erfahrung bringen können, dementsprechend weiß ich nicht, ob die Stadt dem richtigen Gegner dann spawnen oder, ähm, also den normalen Gegner für die Runde oder, ähm, ob die zusätzlich zu dem Gegner dann dementsprechend spawnen können. Und im Arena Hard Mode sieht es dann so aus, da bekommt man dann andere Coins, und zwar die Arena Coin Hard Mode oder Arena Coin Hard einfach nur, dann bekommt man für Runde 1 zwei Stück, für Runde 2 fünf Stück, für Runde 3 acht Stück, äh, für Runde 4 neun Stück, und Runde 4 ist das, was, ähm, mindestens empfohlen wird, um unter normalen Bedingungen mehr Coins zu bekommen, als für einen Full Clear, ähm, Arena Normal Mode. Weil man kann die Normal Mode, äh, Arena Coins umcraften in Hard Mode Coins und wenn man konsequent jedes Mal mindestens Runde 4 schafft, im Hard Mode, bekommt man da mehr als man im, ähm, durch einen Full Clear Normal Mode dann wöchentlich bekommen würde. Und hier gibt es natürlich auch noch, ähm, Hidden Gegner, die dementsprechend spawnen können und hier bekommt man dann, wenn man diesen gespawnt bekommen sollte, ähm, die Belohnung von einem, also von dem Tier, ähm, welches, äh, höher ist, als die, ähm, aktuelle Runde. Das heißt, wenn man zum Beispiel in Runde 2 einen, ähm, Hidden Gegner gespawnt bekommen sollte, statt dem normalen Gegner, würde man 8 Arena Hard Coins bekommen, weil das die nächst höhere Stufe dann dementsprechend wäre, anstatt dementsprechend den 5. Und so funktioniert das Ganze dann dementsprechend durch. Äh, genau, dann schauen wir uns natürlich noch an, was man sich jetzt dann damit, also mit den neuen Arena Coins dann dementsprechend craften kann. Ähm, da gibt es erstmal das Normal Mode Arena Coin Exchange. Da kann man sich dann hier mit den Arena Coin Normal dann verschiedene Sachen craften. Das Ganze ist unterteilt unter Equipment, Consumable, Skill Memory, Digimon Enchant, Digimon Riding, Susannomon Craft Item, Digimon Evolution, Tame Avatar und Arena Coin Exchange. Das Arena Coin Exchange ist dann dafür da, um zwei Arena Coin Normal Mode umzutauschen in eine Arena Coin Hard Mode. Um eben auch den Spielern, die noch nicht in der Lage sind, den Hard Mode zu machen, eine Möglichkeit zu geben, trotzdem an Arena Coin Hard Run zu kommen. Dafür muss man dann allerdings die Arena Coin Normal Mode dann opfern. Da man nur ein Ticket pro Woche bekommt, muss man sich dann dementsprechend entscheiden, welchen von den beiden Modi man dementsprechend dieses einmal pro Woche reingehen möchte und davon hängt dann auch dementsprechend ab, was man sich dann craften kann. Weil klar, natürlich mit den Arena Coin Normal kann man sich auch unter den anderen Sachen hier Sachen craften. Aber wenn man festlegen möchte für sich selber, dass man diese Arena Coin Normal dann zu Arena Coin Hard umcraften möchte und damit dann dementsprechend auf das Hard Arena Coin Crafting dann setzen möchte beziehungsweise sich committet, dann wird man dann nicht in der Lage sein, die Normal Mode Sachen dann hier zu craften, dann dementsprechend ist ja klar, weil dann kann man nur die Hard Mode Sachen dann craften, wenn man diese umcraftet. Da hoffe ich, dass sie vielleicht irgendwann noch ein Crafting hinzufügen, dass man auch umgekehrt die Sachen craften kann, also dass man Arena Coin Hard in zwei Arena Coin Normal umcraften kann, einfach um den Spielern, die oder beziehungsweise um auch den Spielern, die nur den Hard Mode machen sollten, beispielsweise eine Möglichkeit zu geben, wenn man möchte, ja, sich mit Normal Arena Coins dann Sachen craften zu können, falls da interessante Sachen dann noch dabei sein sollten, ohne jetzt noch dann extra den Normal Mode dafür dann separat machen zu müssen. Aber ja, unter anderem kann man sich hier XA1 Version 3 Box für 30 Tage craften, was extrem günstig ist, weil das nur eine Arena Coin kostet. Dann für 100 von den Arena Coin Normal kann man sich ein Sealed Royal X Knight Bracelet craften, wenn man möchte, dieses allerdings charaktergebunden kann also nicht zum Verkaufen verwendet werden. Shiny High Powered Quad Core Ring kann auch gecraftet werden mit 100 Stück. Für 20 Stück von den Arena Coin Normal bekommt man 31 Tage Jockerous Chip oder 31 Tage Digicross Chip Alternativ oder einen Energy Patch für 30 Tage oder Disconnected from Server. Okay, dann sehen wir uns gleich dann wieder, sobald ich wieder on bin. Aber für 150 von den Arena Coin Normal kann man sich dann ein Adventure Argumon Kostüm Set dann craften, aber das schauen wir uns dann gleich nochmal ein bisschen hier dann an, sobald ich dann wieder on bin. Also bis gleich. So, da bin ich auch dann wieder und wir machen jetzt weiter. Adventure Argumon Accessory Set Plus ist das, was jetzt hier neu rein reingekommen ist und hier gibt es auch noch eine Neuerung im Gegensatz zu anderen Adventure Argumon Kostüm Sets. Und zwar gibt es hier jetzt ein sogenanntes Sealed Argumon Candy. Das ist ein neues Teil in diesem Klamotten Set und das beinhaltet dann Stats wie Skill Damage Plus 5% und Hitrate Plus 300 um Spielern auch eine Alternative zu bieten die nicht in der Lage waren den ersten Season Pass sich zu holen der bei uns erschienen ist mit den permanenten Klamotten denn da gab es nämlich auch eins welches exakt dasselbe gibt und das ist jetzt dann hier mit dabei damit Spieler auch dadurch die Möglichkeit haben sich das dann zu holen ist ja auch wenn mich nicht alles täuscht wieder aufladbar so dann die Consumer Kategorie da gibt es dann für eine Arena Coin Normal dann eine von den Event Rare Coins für eine dann ein random Buff Box dann für zwei Stück gibt es einen XP Booster plus 100% warum auch immer jemand einen XP Booster plus 100% verwenden sollte vor allem einer der nur für einen Tag gültig ist dann gibt es das Demon Boost Package in der Event Variante diese kostet dann zwei von den neuen Arena Coins beinhaltet dann jeweils fünf Stück von den Buffs dann Attack Defense HP Digisol Skill Damage und Critical Damage was auf jeden Fall wesentlich besser ist als einfach hier in diese random Buff Box die halt nur einen von diesen Buffs dann gibt und zwar nur in der Anzahl 1 dann reinzugehen vor allem weil es nur eine Coin mehr kostet dann den Growth Factor für 30 Tage kann man sich für 10 von denen craften Attribute XP Booster für 30 Tage kann man sich mit 10 Stück craften und dann Highest Monster Card Level 1 bis 2 Box da bekommen dann eine Highest Monster Card Level 1 oder Level 2 dann dementsprechend raus kostet dann 5 Arena Coins dann gibt es auch Memory Skills da gibt es dann jetzt die Highest Skill Memory Capsules die man sich hier dann craften kann aber jeweils dann nur eine für 100 von den Arena Coins dann dementsprechend da ist es allerdings so dass bei den Highest Skill Memory Capsules kann man nur entweder die High Variante von einem der Skills raus bekommen zum Beispiel Hand of Healing High oder die Highest Variante Hand of Healing Highest anstattdessen und das natürlich mit allen Support Skills jetzt wenn man die Support Variante sich craften sollte aber genauso natürlich bei Defense und Attack das habe ich nämlich in der Vergangenheit weil ich immer falsch informiert worden bin immer falsch gesagt man kann aus den Highest Skill Memory Capsules nur entweder die High Variante oder die High Variante und da gibt es auch noch die Skill Memory Cubes was auf jeden Fall für Free-to-Play Spieler eine sehr coole Sache ist dass man da jetzt dann sich in Zukunft dann auch die Skill Memory Cubes die ja bisher Cash-Shop exklusiv immer waren die ich jetzt dann auch in Zukunft craften kann also die Memory Skills die man auf Jogger's Digimon packen kann da gibt es natürlich auch die Attack Defense und Support Variante diese kosten dann 80 Arena Coins dann für eine genau dann gibt es auch wieder das Movement Speed Attribut Rang A Level Max dieses kostet dann 10 von den Coins Attribut Rang D Random Box ist hier ebenfalls mit dabei da kann man Level 1 bis Level Max Random rausbekommen und natürlich dann auch noch random ob das Digi Soul AT oder HP oder so was dann dementsprechend ist dann eine Reinforced Digi Clone Setbox diese kostet dann 70 von den Arena Coins Backup Disk eine kostet dann hier 4 Arena Coins das ist ein harter Nerf auf jeden Fall zu dem wie es vorher war Patch Backup Level 5 kostet 12 Fruit of Genesis 3 Stück Fruit of Darkness 10 Stück Growth Fruit kostet 20 Stück die Super Growth Fruit kostet 100 Stück Reset Capsule kostet 2 von den Arena Coins Reset Capsule A kostet 4 davon Chipset Conversion KDR2 kostet 30 Stück davon und TIEVersion Chipset Gold ebenfalls 30 Stück Dann gibt es auch Digimon Riding Da sind auch wieder die X Digimon Ride Modes wieder mit dabei die man sich craften kann oder alternativ eine Mode Selector aber warum auch immer man 50 Arena Coins für einen Mode Selector die man auch super easy for free aus Monster Karten raus bekommen kann verwenden sollte verstehe ich nicht und die X Digimon Ride Modes kosten 200 von den Arena Coins vorher waren die 20 Seasonal Voucher in der alten Arena jetzt sind die dann 200 Arena Normal Mode Coins dann dementsprechend dann kann man sich auch die Shining Spirits auch weiterhin craften diese kosten jetzt 40 von den Arena Normal Coins das heißt dadurch ist es wesentlich einfacher in Zukunft dann komplett als Free-to-Player an das Base Susannomon ranzukommen wenn man das über die Art und Weise dann machen möchte dann unter Digimon Evolution gibt es den Triple S Rang Digimon äh bzw. Triple S Rang Digimon Random Box die man sich craften kann diese beinhaltet dann Random ein Triple S Digimon aus der folgenden Liste und zwar entweder bekommt man da Emperor's Advent dann raus wenn man sich das craften sollte also die Evolution Item Box für Fanglomon Awaken Matrix Evolution Mega Gargomon ist Evolution Evolution Item für Build Blast Mode Awaken und Broken Alarm Clock also für Belphemon Rage Mode Awaken Dann gibt es noch Random Reinforced also dieses Triple S Digimon Random Box kostet 2000 von den Arena Normal Mode Coins Da gibt es auch noch Random Reinforced Digi Egg Level 5 Coset 500 Messonary Digi Egg Level 4 bis 5 300 davon Jogras Random Digi Egg 300 Dann gibt es noch die die Digi Amore oder die Digi Egg of Friendship Courage und so weiter Die kann man sich auch hier craften für jeweils 200 Das Einzige was man sich über dieses Crafting von denen nicht craften kann ist das Miracle also das für Magnamon Dann gibt es auch wieder die Kostüme das haben sie auch ein bisschen umgehendet also hier gibt es jetzt nicht mehr zum Beispiel das TK Outfit und so weiter Prinzessin Mimi ist auch nicht mehr dabei sondern da gibt es jetzt für 50 von den Arena Coins dann Santa Kostüm für 30 Tage Newbie Solo Soccer Uniform Beginners Orange Soccer Uniform Experts Green Mature Blue also die die 7% Attack Speed gibt auf jeden Fall schön dass die die beibehalten haben Veterans Red Soccer Uniform und Professional Black Soccer Uniform und da gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit die Luxury Black Sachen zu craften also Luxury Black Formel Dress für 30 Tage und die Sunglasses jeweils dann auch für 50 und dann haben wir noch das Arena Coin Exchange und dann haben wir noch die Sachen für den Hard Mode da gibt es dann Entertainment Equipment dann diese Sachen potenziell zu craften und da sind wir schon bei den richtigen Highlights dann dementsprechend also hier gibt es unter anderem Orange OT was man craften kann dieses kostet 1000 von den Arena Coin Hard Mode wird aber nicht das für die meisten Spieler sein worauf man als erstes geht das sind nämlich dann eher die Sachen hier da drunter unter anderem der Shining Arena Ring der erste Ring im Spiel der auch Critical Damage oder Hitrate geben kann oder beides in Kombination natürlich auch das ist auch potenziell möglich allerdings nur mit einer Option dann maximal jeweils aber ist dann jetzt hier dann dementsprechend dadurch verfügbar definitiv eine der ersten Sachen auf die Spieler dann gehen werden primär und dann gibt es noch die Magnetic ID Karten Yellow Wings was auch was mein erstes Ziel auf jeden Fall dann sein wird was ich dann angehen werde das sind genauso wie die Blue Wings aus dem Rare Summon Permanente Magnetic ID Karten diese geben alle je nach also egal welchen Tamer man nimmt 5% Skill Damage 500 AT und 300 Hitrate und diese gibt es für ja jeden Tamer der aktuell im Spiel bei uns verfügbar ist auf Cardimo gibt es die auch noch für die Ghost Game Tamer da diese allerdings bei uns noch nicht im Spiel verfügbar sind gibt es die auch noch nicht hier im Crafting genauso auch nicht aus den Summons dann dementsprechend die Blue Wings dann dementsprechend aber hier gilt genauso wie bei den Blue Wings hier muss man die Tamer spezifische Variante sich craften also wenn man Tie als Tamer verwendet dann braucht man natürlich die Ties Yellow Wings um diese verwenden zu können und so weiter also das muss man dann dementsprechend drauf achten beim Crafting dann welche man dann nimmt dann gibt es auch noch die Möglichkeit die Device Materialien hierdurch zu craften also unter anderem die Reroll Coins also True Device Coin und die Arc Reroll Coin was auf jeden Fall ganz nice ist wenn man die anderen interessanten Sachen schon haben sollte weil man damit mit diesen Coins vor Free oder quasi fast vor Free kostet nämlich glaube ich 4 Terra zum Rerollen jedes Mal dann trotzdem noch zusätzlich aber mit denen kann man dann ohne extra Materialien noch farmen zu müssen dann ja True Device oder die Arc dann Rerollen und es gibt ja auch noch eine die Arc Material Random Box diese kann entweder eine Reinforced Memory Card eine D-Reaper Data D-Reapers True Data D-Reapers Enrichment Data Matrix Energy oder Safe Energy rausdroppen also ist im Grunde nur dazu da um ja Materialien abzukürzen beim D-Arc Craften wird wahrscheinlich für die meisten Spieler uninteressant sein vor allem weil man nur eine pro Stück rausbekommen kann dann macht man lieber die die Reperturen und sowas bekommt man im Zweifel viel besser und leichter die Sachen als jetzt hier extra Coins dafür zu verschwenden dann gibt es Accessory Enchantment da gibt es dann jetzt einen Option Change Stone für zwei von den Arena Coins ebenfalls dasselbe bei Number Change Stones Amazing Renewal Increase Stones das wird aber allerdings noch rausgenommen werden dann sobald bei uns auch der Option Change Stone oder beziehungsweise der Option Lock dann kommen wird als Feature weil diese werden ja dann nicht mehr verwendet werden und Amazing Digitary Power Stone beide jeweils für eine Arena Coin dann im Moment verfügbar dann bei Digimon Effect da gibt es wieder die Expression Process Items die man vorher auch aus der Arena bekommen konnte also das für Omnimon X für Gunnardmon X und für AOX jeweils für 25 von den Arena Coins und dann gibt es auch noch dieses Expression Recovery Process Item was eigentlich ähm komplett nutzlos ist weil man ja warum sollte man es runterpacken wenn man es draufpackt und ja hat mir nie Sinn ergeben dieses Item vor allem wenn durch ein Ausloggen und wieder einloggen oder einen speziellen Digimon Wechsel gehen diese Effekte eh weg so dann gibt es auch weiterhin die Möglichkeit Gehenna durch Kolo zu craften dieses kostet dann 300 von den Arena Coin Heart Mode ist allerdings äh Charakter Bound und Obtain und da gibt es keine Möglichkeit dann noch eine tradbare Variante dann zu craften und da gibt es auch noch die Triple S Plus also Rang Digimon Random Box für 1000 von den Arena Coin Heart Mode diese können dann oder beziehungsweise diese Box kann dann rausgeben entweder ein Cross Data Time Great Cross Beta DigiEgg of Evil Data Imperium Vicious BD Data Resistance Omega Beta War Gods Box of Destruction and Regeneration oder das neue Digi Cross Cross Up Mervamon das neue Cross Wars Digimon was heute bei uns erschienen ist da kommen wir aber noch drauf zurück weil wir sind ja mit den Updates noch lange nicht durch das kann man auch jetzt aus der Triple S Plus Rang Digimon Random Box rausbekommen trotz dessen dass man das jetzt als neues Digimon veröffentlicht wurde coole Sache auf jeden Fall da freut mich dass sie das da auch noch mit reingepackt haben aber natürlich dauert das eben bis man an diese Triple S Plus Random Box dann rankommen kann im Zweifel und da gibt es erstmal wichtigere Sachen für die meisten Spieler wenn man schon Hard Mode macht die man sich erstmal primär craften sollte unter anderem der Arena Ring oder die Magnetic ID Karte beziehungsweise beides auf lange Sicht gesehen sowieso dann gibt es noch Unter Digimon Enchant Fruits of Yggdrasil oder Fruits of Myostasis sind aber komplett überteuert meiner Meinung nach also lohnt sich auf keinen Fall Arena Coin Hard 60 Stück für 3 Fruits Yggdrasil absoluter Abzocke warum sollte man das jemals machen und Fruits of Myostasis sind auch nicht besser mit 90 für 3 Stück lohnt sich absolut nicht und dann gibt es natürlich noch die DRTS Headquarter Masterkeys diese kosten 50 Arena Coin Hard Mode Pro Crafting ist auf jeden Fall wenn man mit den meisten Sachen durch ist die man schon haben möchte definitiv noch eine ganz coole Variante um zusätzlich an ein bisschen Terra ranzukommen aber ja das sind dann alle Sachen die man mit dem neuen Crafting dann dementsprechend dann machen ercraften kann die neuen Yellow Wings sehen dann auf den Charakteren dann so aus hier haben die das an Beispiel von Kari dann dementsprechend demonstriert genau hier Shining Arena Ring da gibt es schon wie gesagt hier das Critical Damage und Hitrate als zusätzliche Optionen weil das bisher ja auf allen Ringen im Spiel nicht möglich war extra hier noch dazu zu erwähnen genau das war es dann damit sind wir dann endlich auch mit Arena durch aber wir sind noch lange nicht mit den Updates durch denn jetzt kommen ja noch die neuen Digimon die hinzugefügt wurden und zwar eine neue Digimon Line wurde hinzugefügt Impmon Baalmon mit dem neuen Impmon Baalmon als Rookie dann Champion Level ist Ice Devimon Ultimate also Ultra Level ist dann Baalmon Mega Level ist das Cross Wars Belsamon und das neue Jogress Cross Up Mervamon ist ebenfalls hier mit vorhanden die Stats vom Ultra Level Baalmon sind wir ja schon beim Kadimo Event Video durchgegangen Evolution Level 25 Virus Darkness und Nightmare Soldiers und die Stats sind exakt dieselben wie auf Kadimo das Cross Wars Belsamon ist Rang S Plus Level 41 ist Evolution Level Basic Attribute ist Virus Darkness und ebenfalls Nightmare Soldiers und weil es S Plus ist fallen auch dementsprechend die Stats dann so aus wie sie ausfallen wie kann man dann eben an Baalmon rankommen der Evolution Slot für Baalmon wird durch Level und dann Evolutor freigeschaltet Cross Wars Belsamon Evolution Slot wird mit drei Code Crown freigeschaltet die man in dem Package wo man an das Ei auch rankommt dann sowieso mitbekommt aber die Cash-Up Sachen schauen wir uns dann noch an das Digimon hat keine Ride Mode und dann das neue Triple S Plus Crossup Mervamon ist dann auch heute erschienen als Fusion von Mervamon und Cross Wars Belsamon genau Jogger's Crossup Mervamon das neueste Triple S Plus Digimon Evolution Level hier in dem Fall ist Level 70 Virus ist das Basic Attribute Element Attribute ist Stil und viel also Family Attribute ist TBD die grundlegenden Stats HP die soll Defense und AT sind hier in dem Fall HP 17.115 auf 100% Größe Level 1 Digisol 5280 Defense 449 und AT 5038 und das Demon hatte drei Skills einmal die F1 Final Strike Roll mit 18.733 Damage auf Stufe 1 Heartbreak Shot 37.521 Damage auf Stufe 1 und sexy der Cannon auf Stufe 1 168.947 Damage F2 und F3 haben jeweils spezielle Skills und zwar die F2 kann Stunnen mit einer Chance von 30% und die auf ein paar Sekunden und die F3 gibt einen Damage Over Time Effekt der bei 50 Sekunden die der Skill Cooldown hat 40 Sekunden anhält und währenddessen am Gegner Damage macht und die Evolution Slots für Crossup Merwamon werden mit dem Summon Item also dem Data Summon Ticket Legend Summon Item beziehungsweise der Summon Item Box in dem Fall weil das zwei Items sind die man aus dieser Box dann rausbekommt Einmal Crossup Midoriya also Midoriya sorry Midoriya natürlich ist das für Crossup Merwamon auf Salamon Blackgatomon und für Impmon Balmon ist das Evolution Item dann dementsprechend Crossup Beren Hena SDX beide bekommt man aus derselben Box die Box ist in dem Fall dieselbe wie man hier auch aus der Triple S Plus Rank Digimon Random Box dann rausbekommen kann Digi Cross Crossup Merwamon da bekommt man wie gesagt beide Evolution Items raus egal ob man die jetzt aus dem Kolo Crafting dann dementsprechend bekommt aus dieser Random Box oder aus dem Legend Summon und das Digimon hat auch einen Ride Mode dieser heißt Wings of Battle und kann ganz normal über den Cash Shop erworben werden Puh damit sind wir jetzt endlich mit den Updates durch jetzt haben wir natürlich noch die Events vor uns und dann auch die Promotions also bitte auf jeden Fall ein längeres Video dann heute ok Crossup Merwamon natürlich als erstes ein Double Stead Event bekommen wie immer da geben wir jetzt dann nicht weiter drauf ein da gibt es dann auch Event Nr. 2 Crossup heißt es in dem Fall da gibt es dann den NPC Merwamons Die Hard Fan Beelzemon im DATS Center dieser befindet sich hier unten da haben sie sich allerdings warum auch immer dazu entschieden das normale Beelzemon zu verwenden anstatt das neue Crosswalks Beelzemon da bekommt man dann wenn man Crossup Merwamon haben sollte und zu dem NPC dann hingeht in diesem Zeitraum bis zum 23.07 kann man dann sich ein exklusives Achievement wieder abholen über die Subquest Crossup diese erscheint aber nur wie gesagt wenn man das Digimon haben sollte bis dahin und damit dann hingehen sollte und dieses Achievement Crossup gibt einem dann wenn man es ausrüstet Steel Attribute Skill Damage plus 10% und Digimon HP plus 500 von demselben NPC gibt es aber noch eine reguläre Daily Quest die man abholen kann diese findet dann hier unter dem Event Appearance Crossup Merwamon dann dementsprechend statt geht nur bis zum 9.07 dort bekommt man dann von demselben NPC dann eine Daily Quest Appearance Crossup Merwamon da bekommt man wenn man diese Quest annimmt ein Olympia Kai Item damit geht man dann wie immer in die Terminal Underground Summon Square beschwört dort dann Crossup Merwamon das besiegen um dann die Quest abschließen zu können dann bekommt man ein sogenanntes Enigmatic Heart Item dieses Enigmatic Heart Item gibt dann ein random entweder 20 Sweet Cold Bananas 10 random Buff Boxen plus 50% was ich heute vor dem Reset gedroppt bekommen habe 7 Backup Discs 5 Fruit of the Goddess oder 5 Option Chainstones was natürlich dann hier das Highlight ist und dann auch das ist was man hauptsächlich rausbekommen möchte dann gibt es auch noch weitere Events die reingekommen sind hin Digimon Surge Nr. 1 da gibt es dann den NPC GM Knight im DAT Center von ihm bekommt man dann die Daily Quest Hidden Digimon Surge Nr. 1 dafür muss man dann in Silent Forest ein Small Lobmon besiegen da allerdings eine kleine Sache dazu diese Small Lobmon wenn die herumlaufen sind wirklich klein da muss man dann wirklich darauf achten dass man dann nicht aus Versehen vorbeiläuft diese sind allerdings über die komplette Map verstreut in Silent Forest also da sollte man immer irgendwo eins finden können im Zweifel muss man halt ein bisschen laufen weil es da sehr viele Spieler unterwegs sind wenn man das Ganze dann besiegt hat und abgibt ist ein One Hit bekommt man 20 EP und ein Light Trace da gibt es dasselbe auch noch in Hidden Digimon Surge Nr. 2 von demselben NPC bekommt man auch diese Daily Quest dann da muss man dann auch in derselben Map also Silent Forest dann ein Small Terriamon besiegen da ebenfalls das das Digimon ist sehr klein muss man dann dementsprechend ein bisschen gucken gibt es auch viele über die Map hinweg verstreut und ja wenn man das dann auch besiegt hat ist wie gesagt auch One Hit bekommt man 20 EP und ein Dark Trace da gibt es auch noch das Endless Card Game da gibt es dann den NPC Endless Barbermon im DATES Center dieser befindet sich hier auf der Seite hier neben Nightmon dort bekommt man dann eine Daily Quest Endless Card Game dafür muss man dann ein Endless Orochimon besiegen dieses ist ein Raid Boss wieder in Yokohama Village spawnt alle 10 Minuten egal auf welchem Channel dann nachdem das vorherige besiegt worden ist und wenn man das Ganze dann besiegt hat und abgibt bekommt man eine Endless Card und mit dieser Endless Card kann man dann bei dem NPC Endless Barbermon dann das Kartenspiel spielen und da bekommt man dann raus je nachdem was dann auf der letzten Karte dann übrig ist entweder 10 Sweet Strawberry Cakes 7 Backup Discs 5 Option Chains 5 Fruits oder 5 Yggdrasil Fruits alles Top Sachen also da ist in dem Fall in dem Sinne das Schlechteste was man rausbekommen kann meiner Meinung nach zumindest die Backup Discs alles andere ist ja sehr solide was man da rausbekommen kann und dann haben wir noch das EP Exchange Event da gibt es dann in dem Fall kein neues Seal sondern für 60 EP und 7 Trace of the Dark bekommt man dann einen beziehungsweise nee warte mal es war noch nicht nur einer nee 5 Option Chains schon ich wollte gerade schon sagen das ist hier leider nicht gut aufgelistet beziehungsweise steht das hier gar nicht mit dabei oder 5 Number Change Stones wenn man alternativ 6 EP und 7 Trace of Light dann dafür dann verwendet das Ganze geht allerdings auch nur bis zum 9.7 weil dann wahrscheinlich dann der neue Season Pass dann bei uns erscheinen wird und wir dort morgen erscheint ja dann noch müsste der neue auf Cardimo erscheinen bei uns dann wahrscheinlich dann in zwei Wochen dann und dann sollte es da auch wieder ein neues Seal dann geben so dann sind wir auch mit dem Event Teil dann durch jetzt schauen wir uns dann noch die Promotions an da gehen wir einmal mal runter zum Summon NPC da ist nämlich der neue Summon für Cross Up Mervamon dann mit dabei dieser heißt dann dementsprechend Goddess of Battlefield da gibt es dann wieder zwei Varianten davon einerseits die Tradebare Pity mit 100 Summons und dann die Charaktergebundene Pity mit 70 Summons und das andere was reingekommen ist als Summon ist Lucemon Satan Mode Awakened einerseits auch hier wieder mit Tradebar und Charaktergebundene Pity in dem Fall ist das Zero Unit Item oder Zero Unit Accessory was man auch potenziell noch mit rausziehen kann das Necklace und wie immer natürlich 0,5% Chance bei den Dingern und bei Legend wie immer zwei Summon Tickets braucht man für einen Summon genau und der Summon für die Blue Wings wurde jetzt nochmal verlängert das auch noch dazu erwähnt da haben wir natürlich jetzt noch die Sachen im Cash Shop allerdings schon mal im Vorfeld dazu erwähnt die 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 HTS sind Headquarter Keys gibt es nicht über die Steam Variante zu kaufen und sind in der Game King Variante Charaktergebunden also kann man sich leider nicht von der Game King Variante sich rüberziehen auf die Steam Variante deswegen kann ich die hier leider auch nicht zeigen da gibt es jetzt zwei Packages zu den neuen Digimon einmal das Crossup Preparation Package für 149 Crown oder beziehungsweise 14,90 dann auf Steam und das Beelzemon C Advent Package für 79 Crown beziehungsweise 7,90 das Crossup Preparation Package beinhaltet einmal das neue Digi Ballmon Digi Level 5 und Black Gartummon Digi Level 5 falls man noch kein Black Gartummon haben sollte ebenfalls vorhanden sind 12 Evolutor eine Growth of Goddess also das Evolution Item für das normale Mervamon 3 Code Crown die man benötigt für das Crosswars Beelzemon 2 Mega Reinforced Digi Clon Setboxen einen Skill Digi Code Level 15 Exchange Code Level 20 und Level 25 was auf jeden Fall nice ist 2 Reamon Digi Level 5 Midclass Transcendence Convergable Exchange Coins sind 2 Stück mit dabei und 2 EXP Sapphire Boxen aber wenn man das andere also Mervamon nicht mehr brauchen sollte weil man das schon hat dann reicht auch dann einfach das Beelzemon C Advent Package für das neue Digimon mit Balmon Digi Level 5 3 Evolutoren 3 Code Crown 1 1 Mega Reinforced Digi Setbox 1 Skill Digi Code Level 15 ist hier nun mit dabei also kein Level 20 oder 25 2 Reamon Digi Level 5 und 2 Midclass Transcendence Chip Exchange Coins also wenn man natürlich auch darauf aus ist hier die Level 20 und Level 25 zu bekommen dann kann es so noch hier in den Aufpreis von 70 Crown beziehungsweise 7 Dollar dann dementsprechend wert sein das andere hier dann zu nehmen wenn man allerdings nur auf das eine hier aus ist dann natürlich das dann sind auch wieder die Data Summon Ticket Ultimate im Sale mit dabei auch in der Game King Variante diese kosten jetzt für die nächsten zwei Wochen dann nochmal nur 99 Crown dann sind auch wieder die Deck Package mit dabei Knights of Vaccine Omega und Main Characters of the Adventure das Knights of Vaccine Deck Package kostet 198 Crown beziehungsweise 15 Dollar 80 auf Steam Omega Deck Package 99 Crown 7 Dollar 90 und Main Characters of the Adventure Deck Package kostet 4 Dollar 90 beziehungsweise 49 Crown Dann ist auch wieder das Miracle Flowering Package im Shop dabei also das für Rafflesimon 399 Crown beziehungsweise 31 Dollar 90 ist das dann das war es dann auch von den Packages die reingekommen sind die Wings of Battlefield sind reingekommen 48 Crown beziehungsweise 3 Dollar 80 dann und ich glaube ansonsten war es das dann gucken wir noch in die Notiz natürlich rein nicht dass irgendwas übersehen wurde die Summon Zimmer durchgegangen genau der verlängerte Blue Wings Summon dieser geht jetzt bis zum 16. 7 genau die DRTS Center Master Keys sind Game King exklusiv warum auch immer liegt wahrscheinlich daran dass die im Limited Tab dort vorhanden sind mit einem Weekly Reset Stun 3 plus 1 also 4 Stück kosten 55 Crown und 5 plus 1 also 6 Stück kosten 79 Crown jede Variante davon kann 3 mal wöchentlich pro Account gekauft werden genau da das am Digit Ultimate sind wieder im 99 Crown Sale Cross auf mehr warm on Ride Mode Cross Preparation Packages sind wir durchgegangen Ach ja genau die Reinforced Digi Aura stimmt die habe ich jetzt übersehen weil die nicht hier mit dabei waren oder ne warte mal die sind bei Digimon genau Reinforced Digi Aura Version Y und X sind wieder mit dabei jeweils für 59 Crown beziehungsweise 4 Dollar 70 dann Miracle Flowering Package die Deck Packages und ja das war's dann da haben wir das heute auch alles unter einen Hut bekommen beziehungsweise in ein Video so dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare was ihr von den neuen Sachen haltet ist auf jeden Fall einiges heute reingekommen bin sehr gespannt was auch morgen auf KDEMU erscheinen wird und ja schreibt mir gerne eure Meinung zu den neuen Sachen in die Kommentare lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da wenn das trotzdem sehr lange Video heute dann aber muss ja auch sein dass man alles hier durch geht dann gefallen haben sollte abonnieren nicht vergessen wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen sehen uns beim